Moin moin, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Craft-a-World. Wir müssen jetzt mal hier schauen, dass wir uns hier ein bisserl verbessern. Und, äh, was haben wir eigentlich eigentlich an Essen? So, lass mal gucken. Ne, äh, da will ich jetzt nicht gucken. Ich will hier gucken. Und hier gucken. Fischeintopf, Grillfisch, da haben wir das nicht. Können wir den? Können wir noch ein bisserl Salat machen? Äppel? Ui, haben wir gar nicht viele. Na komm, dann können wir das mal machen. Kocht mir das mal, Jungs. Dann können wir auch gleich nochmal, habe ich nämlich lange nicht gemacht, nach dem Ausrüsten gucken. Als da wäre hier die Bücher. Äh, Müller, Kletterer, Schwimmer, Koch, Holzfäller, Holzfäller, Bergarbeiter, der Tischler, oje. Wir tun mal ihm hier noch, äh, einen Angler geben. Haben wir ja viel. Der kann gut schwimmen, da soll er auch angeln. Was haben wir hier? Klettern, Tischler, Schwimmer, Schmied. Mach du mir mal noch hier den Schmied. Kochen haben wir gesagt, tun sie. Also ich habe hier einen Kochauftrag gegeben. Oder ist der nicht so? Ne, der ist gleich so erledigt, alles klar. Ich will sie gar nicht machen. So, dann wollte ich mal jetzt hier... Was wollte man eigentlich hier machen? Macht mir hier diesen Schiete mal weg. Das geht mir hier auf den Senkel. Ach nee, das kommt ja hier eine Angriffswelle. Zack. Zack. Wir suchen jetzt hier keinen Ton. Hallo, Ton? Ne, 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 ne. Nicht. Bitte nicht. Nein. Nein. Ja, dann erledige das noch. Aber hier, wir haben hier eine Angriffswelle. So. Ist gar nicht drauf geachtet. Ei, ei. Sind die denn auch alle fit? Zeig mal, was können wir eigentlich noch ausrüsten? Was haben wir denn überhaupt hier an Waffen? Steinmesser? Stein... Axt? Gibt es ja eigentlich auch schlecht ausgestattete. Also so richtig schlecht. Was ist eigentlich das hier? Eine Stein... Axt? Hier doch dann mehr. Ist doch dann eine Eisenachs besser, ne? 15, 20. 12, 20. Ja, komm hier. Eisenachs. Hat ein Steinmesser. Okay. Was haben wir eigentlich hier beim Steinmesser? Was bringt das Ding? Ah, okay. Alles klar. Steinspitzhacke. Da gibt es aber auch noch die Eisenspitzhacke, ne? Steinspitzhacke hat Bergbau 15. Eisenspitzhacke hat... Bergbau 20 und Schaden. Okay, alles klar. Zack. Steinspitzhacke? Nein. Eisenspitzhacke. Und... Eisenspitzhacke. Danke. Danke fürs Gespräch. So, Jungs. Wo seid ihr? Eisenspitzhacke? Nein. So. Wo? Alles klar. Nur da? Oder auch woanders da? Das sieht nicht so aus. Okay, hier haben wir ja noch die Fallen. Wir warten. Wir warten. Ja, ja, ja. Das kriegt der alles noch. Wir müssen halt... Das dauert schon recht lange, ne? Mit dem Skillen. Mit diesem Gelumpe. So, jetzt bitte. Los geht's. Du mit deinem Bogen bitte nicht da vorne rumhüpfen. Du kannst dich nach da hinten stellen. Alle drauf hier bitte. Alle drauf. Vor allen Dingen auch auf den Heini da. Der haut schon ab. Eigentlich ist das viel. Nein, 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 hier, 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 hier. Schorsch. Da sind genug. Du musst nicht da zurück zu deinem Sammelpunkt. Warum macht ihr das jetzt? Na, endlich. Oh, 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 was ist denn jetzt los? Oh, die haben nicht mehr viel. Hey, das ist aber nur ein Antreffswetter. Leck mich am Ärmel. Wir müssen uns so langsam besser ausstatten. Das geht so nicht. Jetzt hängt es ja noch an zu regnen. Was ist eigentlich das hier? Das ist von diesen Heinis da, ne? Oder sollten wir das nächste Mal jetzt vielleicht Feuerbogen nehmen? So, jetzt den auch noch. Den und den und den. Kann man unheimlich schlecht anklicken. Haut zerplatt. Den auch bitte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das letzte Mal sind die uns ja hier Niedriggesundheitswert. Ja, ich weiß. Haut, knüppelt ihn nieder. Das, was macht denn jetzt? Ja, ja. Feiert ihr nur. Ach, das ist schon die Nacht, Dings. Wir haben die ja erledigt hier. So, jetzt will ich aber mal was gucken. Äh, nein. Dass man die so schlecht anklicken kann. Zack. Ja, geh du mal schlafen. Wasser sammeln. Wasser sammeln. Wasser sammeln. Oh Gott, jetzt ist er ja noch nicht fertig. Ah. Ja, schlaf dir mal ne Runde. Was können die da alleine machen? Unter! 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 A1. Was? Ich will jetzt aber hier mal lieber was anderes. Wieso kann ich denn? Mann, die sind aber auch. Nein. Geh mal ausruhen. Ausruhen. Geh mal was essen. Du Heini. Oh, ausruhen bitte. Essen bitte. Auch ausruhen. Geh mal was essen. So, sag mal her. Das sind ja die besseren Betten, ne? Wieso ist denn da noch so ein Holz, äh, so ein Dingsbumsbett? Äh. Haben wir, äh, die normalen Betten hatten wir doch auch gebaut, ne? Oder? Oder? Hm, 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 hm. Bequemenswert haben wir nicht mehr, haben wir noch... Woah, äh. Ja, da haben wir ja, zwei Holzbetten! Da haben wir ja zwei Holzbetten. Das auch bitte weg. Ich will es nicht so viel anklicken. Nicht, dass da die auf einmal wieder alle aufwachen. Oh. So, jetzt lass uns mal gucken. Wir müssen weiter skillen, sonst kommen wir hier ja nie vorwärts. Und zwar diesen Schiete hier, um da hin zu kommen. Um da hochzukommen. Das braucht ja hier Eisenerz. Eisenerz. Wir müssen... Lederstuhl. Hundspiel. Ja, ohne Eisenerz wird das nichts. Ohne Eisenerz. Das andere braucht hier das Leder. Da haben wir ein Problem mit. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Also Nägel kochen. Was, Knochen? Knochen haben wir doch. Bretter, naja, 30. Knochen, okay, Bretter, Eisenerz und dann die Nägel. Also Eisenerz. So. Müssen wir hier unten in die tiefen schluchten, oder was? Hier hinten ist doch der... Boah. Was glitzert denn eigentlich hier? So, das ist ja nur, das ist Gold. Aber das ist kein Eisenerz, ne? Und hier eigentlich? Ist doch hier der dritte, Heini. Und die können die hier abstürzen? Oh, das sieht so aus, ja. Ähm. Was können wir eigentlich hier? Wie müssen wir eigentlich die bauen? Lass noch mal gucken. Da haben wir noch die Brücke. Wir brauchen Bretter. Und Holz. Sollten wir eigentlich genug haben. Naja, so viel nicht wirklich. Ach, das müssen die auch noch so machen. Ja. Danke. Machen wir 15. Das Vieh kannst du mir da auch mal rausholen. Gut, wenn der die macht, dann können wir noch... Geben wir noch mal Holzbretter in Auftrag. Hm. Verpeil das immer. Dann geben wir da noch mal Holzbretter in Auftrag. Wo sind denn die jetzt schon wieder? Ah, hier, hier, hier beim Baumaterial, ne? Okay. Ah. Zack. Die muss der hier auch machen. Und 20. Geht aber recht schnell, oder? Geht ihr auch pennen? Nee, der will angeln. Aber wo angeln? Du kannst doch angeln gehen. Komm mal her. Nee. Angeln. Angeln. Geh mal angeln hier. Komm. Du kannst ja immer wegmachen, wo ist ätzend, oder? Gehen jetzt mehrere mal angeln? Nee, sieht nicht so aus. Geht immer nur diese eine angeln, ne? Und wer bist du? Du? Ne, den tun wir jetzt mal nicht. Du bist Blaine. Was kannst denn du? Bist ein Müller und eher ein Fischer. Ja, aber zwei Fischer. Vielleicht pennt der ein. Dann können wir eigentlich noch einen. Ein Fischer, ja. Giovanni, komm, du machst auch mal einen Fischer. Ja. Alles klar. Hier wird geschafft. Jetzt müssen wir uns hier um Eisenerz kümmern. Das ist... Da müssen wir aufpassen. Ist denn das hier Eisenerz? Das ist aber... Das ist, glaube ich, nur Eisen, ne? Können wir mal das Gold hier wegmachen? Mach das mal weg. Ja, dann fällt der dann da runter, der Heini. So. Gucken, ob der jetzt da runterfällt. Haha. Wir müssen jetzt erstmal kräftig Eisenerz sammeln. Aber ist es das dann auch? Oder ist das... Ja, komm, dann macht ihn glatt. Ja, ist er gleich tot. Eisenerz haben wir eins. Ne, das ist Silbererz. Das ist Silbererz, was die da abbauen. Das ist Mist. Das ist Mist. Wo ist denn hier Eisenerz? Da ist der Penner. Ach, ist schon wieder dunkel. Oh, Leute. Wo kommen denn diese Heinis jetzt hier wieder? Wo sind sie denn? Wer angelt? Wo sind sie? Da kommen sie nicht und dann kommen sie doch. Und dann, da sind sie. Und wie viel? Ich will aber jetzt mal hier... Und wie viel? Oh Mann. Das wird auch immer mehr. Scheiße. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Äh, das ist ein Bogenschütze. Moment. Wir haben doch... Gucke mal. Ähm. Wie gebe ich denn dem? Ach, der hat die Feuerpfeile aufgebraucht. Äh. Benutzten wir die automatisch? Scheiße. Jetzt kommen die von da auch noch. Von links und von rechts. Na. Top. Da müssen wir wieder Feuerpfeile bauen, oder? Aber das finde ich jetzt ätzend, dass die die automatisch benutzen. Ja. Achso, wir müssen jetzt hier, damit sie wiederfinden müssen wir jetzt hier die Tür aufmachen. Dem bitte erledigen. Dem bitte erledigen. Eieiei. Was macht er denn? Was ist denn das für ein komisches Spiel? Also wie hat denn dieses Ding abgespeichert? Hatten wir nicht diese Topf-Pfenzen entfernt? Weil ich es gerade sehe. Naja, ist ja auch nur Beta. Aber finde ich jetzt... Jetzt fällt es mir ja hier gerade auf, ne? Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Die hat mir doch entfernt, oder nicht? Da oben schon, wie wir die Betten weggelegt haben. Hm. Da muss ich jetzt mal drauf achten. Fertig, Jungs. Macht was er wollt. Ich kümmere mich jetzt hier um Eisenerz. Ok. Ich will nein.